Auf geht's los! Ja, aber langsam! Langsam! Jetzt geht's los! Los! Wuhu! 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 Giddem! Wer verrückt! Guck mal so! Ja, meißer! Schweiß vom Hau! Wir können uns alle vom Arschlecken hier! Hau! Alleweil geht noch ein bisschen! Hau! 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 Böde, geht weiter zu kommen! Alleweil! Hau! Noch ein Stück! Hau! Jetzt geht's weiter hier. So, nun zweites Kapitel. Langsam vorm. Los geht's. Wir bleiben dran, egal was passiert. Scheißegal, pass auf, alle wei. Und die Kurve? Und, nehm die Kurve mit mit dem Arsch. Ja, genau. Warte auf der Oberung, Berti, und da hinten wieder raus. Nee, stopp, zurück. Langsam zurück. Ganz langsam zurück. Dennis, du musst mit dem Arsch lenken. Ich geh jetzt zurück. Berti, halt! Nee, weiter, 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 ist alles in Ordnung. Dennis, du musst mit dem Arsch drüber. Bin drüber. Oh weh, oh weh, der Fall drunter. Dennis, du machst das schon. Weiter! Ich hab alles unter Kontrolle. Der Tippel legt den Arsch und raus. Weiter! Oh weh, oh weh, oh weh. Ich bin schon in Position. Matsch, komm. Dennis, wo bist'n? Stopp. Ah, du bist verkehrt. Warte mal! Warte mal! Warte mal! Nein! So, hier, nun geht's weiter. Warte mal! Warte mal! Hier geht's los, ja. Dennis, du musst... Ja, Dennis, häng dich an! Ich bin so... So bisschen links in die Kurve hängen. Wenn hier! Attacke! Feier! Oh weh! Ach! Was ist der Arsch? Warte mal! Du kannst schnell aufhaken. Erster Abplatz, ja. Hier mit euch haben wir ein paar extra Abplatzen. Haben wir doch gerade. So, viertes Kapitel. Schütteln, lösen. Langsam, langsam, langsam. Oh, ist das geil. Gandalf auf Trittwort. Dennis, alles okay? Ja, ja, ja. Super, Feuer! 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 Ich bin kein Sau! Nein, was dauert ihr denn? Werdi, nicht zu schnell, alles unter Kontrollen! Halt! Nicht zu schnell, Werdi. Das war alle weit zu schnell. Die scheiß Rille da in der Mitte. Ja, die Rille ist scheiße. Na ja, ich muss doch auch rüber mit dem Auto aus. Was mit dir? Richtig mal ein Stück vor. Oh, Fred, er will das los umpflanzen. Die Falle ist weg. Was sagt er bei mir? Komm, er muss gleich. Ich stieg noch hin. Ich stieg noch hin. Ich stieg noch hin. Warte mal, warte mal, warte mal. Ach gut. Ja, warte, 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 warte. So, auf einem Skateboard ist noch besser. Okay, geht los. Alles klar. Woof! IEST! Chint. Don't 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 don't... Don't don't don't... Don't 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 do it! Don't 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 don't... Verrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Feueraaa! Yeahhhh! Oh weh, das ist enniss... Wow! Nein, owoa... W bạn? Ahahah ... Aua... Ob ich das? Oh Dennis, Dennis! Jo Bödi, jetzt hab ich's nicht mehr drauf! Oh Bödi, Dennis hat sich den Arsch aufgerissen! Ich soll noch drehen! So, jetzt sind sie mal abgekommen. Jetzt sind wir auf dem Parkplatz beim Venner. Schöner Mercedes so im Hintergrund. Könnte auch mal wieder geputzt werden. Ich glaub, da ist altmittag erst geputzt worden. So, jetzt halten wir auf. Jetzt sind wir nämlich da. Dennis hat sich den Arsch aufgerissen. Alles gut!